Bankdrücken Mit dem Rücken auf eine horizontale Bank legen, Gesäßmuskeln berühren die Bank, Füße stehen auf dem Boden. Gewichtsstange festhalten, Hände nach innen gedreht, Oberseite in Schulterbreite. Einatmen und die Gewichtsstange bewegen, fast ohne dabei die Brust zu berühren, die Bewegung kontrollieren. Ausatmen, die Arme ausstrecken. Ausatmen, die Brustmuskulatur und die Brustmuskulatur beschränken. Wer an einer Lumbagier leidet oder die Übungen auf die Brustmuskulatur beschränken möchte, sollte die Streckübung mit gebeuteten Oberschenkeln und Knien ausführen. … … … … … … … … Untertitelung des ZDF, 2020